hallo leute und herzlich willkommen bei der nächsten folge war und ich schon jetzt auf den server ja nice bist auch da wir haben jetzt ein wir haben jetzt einen strike bekommen ja weil wir halt noch nie gekämpft haben bei dir sind schon 33 und bei mir 31 sei die 31 der folge glaube ich oder oder ist es die ich weiß es gar nicht genau ich habe mich aber es ist nicht mehr es bauen wir es auch bauen wir es raus wir werden es in dieser folge wir werden es nur level farme leute also so viel macht jetzt nicht wir wollen jetzt hat noch diese folge noch eine machen und danach werden wir kämpfen da kommt das finale wahrscheinlich bald und dann war es eigentlich schon mit war so viel kann ich schon sagen es wird ein finale geben und dann werden wir es alle betteln und dann mal gucken wer überlebt halt das wäre echt krass wenn wir wenn wir einfach gewinnen würden das war einfach mega krass wird glaube ich nicht passieren aber mal schauen wir werden ja sehen könnte sein könnte sein ja wir sind eigentlich noch zu zweit die anderen sind alle noch alleine die meisten sind alleine ich glaube ich glaube ich spielt meistens alleine glaube ich immer mal mv teams luca insta spielt noch wuppe endermine mc fluffy corn dann noch wir legend farber legend farber dr louis und killer youtube in der kraft und jojo oder ja keine ahnung ist ein komischer name also bisschen komisch bisschen komischer name ja wir werden jetzt ein bisschen monster farm lass mir bitte die levels oder kann ich darf ich das machen ja mach ich habe level 24 ich habe level 24 ja okay macht dein handy einfach ein bisschen leiser ich habe noch ein bisschen meine rüstung repariert ne ja du kannst das ja machen ich glaube ich werde gerade wieder anhängen ist halt richtig stark beschädigt ich hatte das einfach wenn mein handy die ganze zeit klingelt ich habe stumm gemacht ich werde die ganze zeit angerufen ich kann gerade nicht auf den anruf antworten weil euch jeder creeper ist gestorben oder explodiert schnell weg und dann zweimal draufschlagen so genau immer einmal draufschlagen dann kurz weg und dann hier liegt sogar noch ein bisschen essen okay in dieser folge ja dann komm her hier liegt ja okay in dieser folge werden wir jetzt noch ein bisschen level farmen ja komm hier hinten wie viele lasten jetzt ja 24 ja dann komm her dann kriegst du hier ich hab so nach fleisch ja wo gehen wir hin gehen mein netter oder was lebes farm ich bin jetzt beim netter portal okay da bist du war ist dein helm kaputt nein den habe ich ausgezogen der ist ein bisschen beschädigt deswegen hier ist eine neue spinne ja die greifen ich einfach mal nicht an dauerung ja ich würde die levels brauchen weil wir wollen jetzt noch diese diese folge machen und dann noch eine folge damit damit ich endlich mal genug zeit habe um die levels noch zu farmen oh mein gott explodieren ja ich muss halt schauen dass keine monster keine creeper mehr explodieren als xp farmen kommt oh mein gott scheiß ich muss weg vor allem bleib bei mir oh mein gott der creeper ist explodiert ich halt auf so warte mal so level 25 gleich muss schauen dass die jetzt alle warte mal ein bisschen bows bei mir den creeper weil ich mit zwei schläge ist der creeper down warte mal das kann ich so so machen okay mein eisenswert ist gleich kaputt das muss ich dann noch reparieren wahrscheinlich kannst du da machen dafür dafür die levels deine noch man ich muss das schwert im eisenswert gleich wieder reparieren man ich habe gar kein essen warte mal ich muss wieder essen strings ich bin level 25 also nur sechs levels kann ich schaffen ja da ist noch kohle aufpassen auf dem creeper oder so so passt also bald gibt es einen kampf leute also bald ist das finale weil wir eigentlich noch nie gekämpft haben aber es hat glaube ich keiner gekämpft oder deswegen das leute das ist echt ein spannendes projekt also ist einfach mal so mega spannend weil es könnte jeder noch gewinnen es könnte alles passieren weil wir wissen ja halt noch nichts wer gewinnt wer verliert und so weiter wissen wir noch nicht es lehmer noch glaube ich zehn spieler oder so beim letzten mal habe ich kann gleich mal zählen am ende des der folge wie viele spieler noch leben momentan letzte folge war es glaube ich zehn spieler da haben noch gelebt okay das zombie verbrennt jetzt mal es wäre krass wäre jetzt irgendwie gestorben so ja ich weiß gar nicht glaube zehn spieler haben noch letztes mal gelebt mit uns ich denke mal jetzt werden was wahrscheinlich sind vielleicht sogar noch neun oder so kann es sein dass jederzeit jemand stirbt oder so ich kann gleich mal nachgucken aber erst mal heute war mir noch die lebens zusammen ein eisenschwert wie viel ender kann hast du wie verändert für alle drei dann gebe ich dir eine dann habe ich vier und drei also dann ich habe ich vier und du drei meinst du nein ich habe vier du hast drei ich habe schon drei ja ich habe dann vier und du hast drei weil ich habe noch heavy meister so viel erst gesagt du gibst mir ich gibt ja einfach einen hier so du hast gesagt du gibst mir einen dass dann du mehr als ich es geht gar nicht oder habe ich nicht gesagt war war dass das musste mal genauer verstehen du hast gesagt du hast vier und ich habe drei stimmt aber dass meine gegeben also hast du jetzt drei ja das ist es war aber ja ja das habe ich gemeint auch damit ach so ein bisschen komisch ich habe das gerade ich glaube hast du gedacht ich verspreche ich mich jetzt oder was ich habe gerade gedacht was klar was du gerade wie viel level gerade ich kann den bogen nicht aufsammeln man jetzt hast du vier oder ich habe fünf ich gebe dir gleich eine wieder oder was auch für die creep auf drei creeper sind ja einfach mal also erst gleich 25 oder die leute ich habe nicht verstanden 6 level 26 habe ich noch fünf levels kommt das schaffen wir ich muss ja was geben warte mal das kann ich wegschmeißen so hatte ich gehe schon was hier ist kohle kann ich die noch abbauen ja kann ich machen okay ich habe noch eine in der perle wie viel hast du jetzt fühlen oder ja ich habe auch jetzt fünf ok dann ist jetzt alles sägerecht da passt das alles alter jetzt habe ich aber gerade glück gehabt mit enderperlen zwei oder drei enderperlen hast du bekommen oder zwei oder weil ich brauche die levels ok level 26 bald 26 erhalb ich habe noch neun level alter schade dass man schade dass man die nicht zusammen machen kann ja das dachte ich mir auch dass wir das am coolsten wenn das so geht dass ich dir levels geben könnte aber es geht ja leider nicht es wäre auch ein bisschen vielleicht hacking oder so könnte man eigentlich sagen heißt ich habe 1000 level sozusagen und dann kriegst du ja ja hier liegt das b also das kommt ihr kohle ja geil hast du das bekommen ok nice moment mein diash hat doch hat doch genau bis zu war gereicht man ganz normales das ist cool ja das ist richtig wenig haltbarkeit aber wir noch elf minuten es hat wirklich lange ausgehalten gehen wir jetzt in neta ist neta oder ja also das ist so kacke dass wir jetzt einfach schon mal ein strike haben aber klar irgendwann wurde es auch zeit dass wir den strike bekommen ich habe eigentlich gehört wir werden nie in strike bekommen weil wir immer fair spielen aber dann bekommen erst recht ein strike jetzt normales zombie ist normales zombie ist es dauernd oder ja warte es bist du ist der hühnchen kann ich dich schlagen die kann ich gar nicht okay ich habe gerade ich habe gerade im portal so viel war das gar nicht warte mal ich brauche noch eine spitzsacke gleich eine neue warte ich könnte eine grafen so ich mach mach dann habe ich das zombie fleisch euch weg brauche ich nicht und das hier ja dann kann ich auch mal die erde brauche ich ja wegen zubauen später wieder kina ist ja dann gehen wir jetzt ein bisschen ein paar levels noch holen oder jetzt noch ein zombie pigment also wieviel brauchst du jetzt noch noch ich bis 26 halb habe ich gerade ja fünf levels das schaffen wir kommen bisschen ab und gehen einfach da lang und bis baum bisschen ab oder aufpassen jetzt schau mal an was was hier alles ist gehen wir wieder hier rüber oder was ich mache ich mache hier eine markenzeichen die g ich habe hier alles schon markiert hier links auch noch erfahrungspunkte rum kämpfe gerade man muss einfach hier viel kämpfe und viele zombies killen weil ich gleich lebe 27 kommen bis ein quartz abbauen vielleicht können auch noch machen und dann haben wir es eigentlich so gut wie geschafft level 13 extra für dich fallen hier hier ist noch die lebe 27 27 ich habe hier quatschaffen wir das heute noch ja sicher sicher wenn du jetzt hier gas gibt ja und jetzt können wir hat die spitze kaputt dann nehme ich die andere ja schaffen wir noch hoffentlich sollte mir eigentlich hinkriegen da oben ist noch was ich wohl das noch ja das genug da kann man können auf jeden fall schon level 31 erreichen geht das nicht mit billiger dass du weniger dafür brauchst oder ne dann krieg ich ja die schärfe nicht drauf und ich will aber die schärfe so habe ich schon wieder einen fehler ja stimmt und damit ich jetzt noch ein paar folgen fahren das nicht mehr da mache ich das einfach jetzt level wir brauchen dann noch einen neuen ambush 28 ja ich weiß drei levels kommen das schaffen wir pass immer du auf mich auf dass er kein monster kommt ich wurde das wahrscheinlich 100 mal angerufen hast du jetzt 28 20 20 ok dann bau hier oben noch hat hier oben noch ich mache da bis dahin wo hier ist noch hier ist noch ich kann das gar nicht abhauen oder doch geht ja warte mal hinter diesen nonpart zum bepögen ich weiß auch noch die richtung der hinten aber wie die alle auf mich gehen hier ich küsse gerade mit meinem besten schwert das ist ein bisschen kacke jetzt aber die machen so viel schaden wenn sie wenn du die 31 ist ich will jetzt gar nicht wegen denen sterben warte mal ich erst mal was ja schaffen wir heute noch schaffen wir heute noch 29 ja mit quarzfarmen kann man wirklich schnell levels machen okay hier unten hier unten ist noch ich hoffe dass das hinkriegt ja schaffe ich schon ich sag mal ganz kurz nichts also nicht wundern aber wir haben gerade früher so viel aufgenommen habt ihr gesehen in den letzten tagen mal ein bisschen kein waro leute weil wir halt nur noch zwei drei folgen machen werden also diese folge dann noch eine und dann kommt das finale drei folgen gibt es insgesamt noch also nach der folge gibt es noch zwei wahrscheinlich heute wir werden jetzt nur zweimal machen level 30 gleich 30 habe ich geschafft okay wenn du dann hier nichts mehr ist kommen einfach hier hin alle ist so viel quarz wir müssen wirklich auch ein bisschen aufpassen aber ja krieg ich hin krieg ich hin habe ich gleich geschafft freut mich dass ich das finde ich machen kann so halt aber wer was das wäre so schlimm gewesen wir jetzt noch ein strike bekommen hätte dann unsere inventar weg leute dann hätte ich einfach aufgegeben dann hätten wir keine chance mehr gehabt aber jetzt haben wir eine gute chance zu gewinnen also das eigentlich mein ziel ist ja auch eigentlich zu gewinnen jetzt eigentlich wenn wir schon so gut ist gleich ich sagte ja und ich habe level 31 ok passt dann gibt mir zwei eisen und dann kann ich was kraften für uns zwei eisen brauche ich so ich kenne noch ein paar zombie pigments einfach warte fallen kann ich noch ein eisen bitte warte ich kill gerade hier ich bin komplett eisen arm ich glaube mama leckt das server ein bisschen dass ich hier nicht gut kämpfen kann kann ich bitte ein eisen noch und dann können wir zurückgehen ich habe ein bisschen fleisch hingeworfen gerade so hast du jetzt so an was so sagt sagt hat man muss jetzt bitte pass auf dass du schärfe rauskriegst noch wann warte mal so ne war das nicht so schärfe nie warte mal was das warte mal schärfen vier verbrennung müsste auch drauf sein warte mal was das ist nur schärfe vier verbrennung 33 levels wort nie dann ist das nicht drauf das wollen wir auch nicht haben was 33 levels kostet das warte mal macht das bitte weg in dem sammel du auf bitte ich muss dann ich muss dann noch schnell die levels farmen bitte schnell bitte müssen wir haben gleich voll schluss da ist das schlimm wenn wir jetzt wenn wir das jetzt heute nicht mehr schaffen scheiße alle 31 er ist vielleicht haben mir falsch gemerkt aber 33 brauche ich wort nein nein schwert ist beschädigt ja dann benutzt das bitte nicht mehr ich mache ich nicht eigentlich noch nie getan ist ein gefährlicher stelle scheiße es kostet 33 levels wenn wir kommen und dann wenn du das hier auch ich bin noch einunddreißiger halb kommt schafft man heute noch kommen das muss heute noch sein warte da unten da unten kommen wir müssen sein ich habe es gesehen warte ja level 31 gleich noch ja ich bin ich bin noch ich bin noch immer level 31 gleich hier komm her komm her komm her oh mein gott schaffen wir das heute noch ich glaube nicht mehr oder scheiße kommen hier hier was das kommt ich bin ich komm hier überhaupt nicht beschützt sich lol einem mc alter lol ich muss jetzt schreibe jetzt was ich nehme ich nehme einen guten schwert in die hat der schreibt gar nichts glaube ich oder was auf bitte wenn die monster wenn die zombie pick man es geht reif mich gleich an die greifen mich dann gebe ich bitte schaffen das bitte noch schnell können wir schaffen jetzt ich glaube ich schaffe das noch die greifen alle die ich an pass auf bitte ich brauche erfahrungspunkte ich brauche erfahrungspunkte bitte warte mal lass mich die bitte ich habe es gleich geschafft ich habe es gleich geschafft und und level 33 ok komm schnell komm schnell loslauf ok jetzt kommen auf weil der wenn er uns sieht kommst du ja bitte kommen schnell mit richtig wenig zeit wir werden es nicht mehr schaffen durchs netter und noch oder nee aber komm schnell wie die einfach uns alle angreifen wollen sollen jetzt probiere schärfe muss warte da kommen da warte da kommen zombies bitte geh du drauf ja ich geh schon warte mal ich mache das schnell komm 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 so das muss ich schnell machen warte mal ich muss ja die erde weghauen warte mal dann mache ich das die fackeln schärfe kommt zuerst dann kommt das hier level 33 heißt heilbarkeit 2 ne schärfe iv oder ja und verbrennung 1 ja komm was das habe ich jetzt gemacht passt das so für dich ich hoffe ich habe jetzt keinen fehler gemacht eigentlich nicht aber alles drauf ok komm kommst du warte mal ich muss jetzt schnell zombies killen kompetenz schnell jetzt kommt jetzt muss kommen ok warte mal ich wir gehen in der nächsten folge einfach aus netter wieder raus leute und ja dann war es das von dieser folge leute ich würde jetzt so gern weiter spielen man aber egal das war es von der vorletzten folge glaube ich oder ich weiß gar nicht vor vorletzten folge also eine folge kommt doch und dann kommt das finale und ja ich hoffe mal weil wir haben sie geschafft und werden jetzt gleich bald kämpfen wir haben jetzt extra noch verbrennung drauf gemacht für ihn extra noch damit wir dann damit er dann das schwert ein bisschen stärker ist wir hätten eigentlich noch schärfe 5 machen können aber das dauert alles viel zu lange leute wir wollen wir machen jetzt wirklich wir wollen jetzt wirklich kämpfen und dann war es das von dieser folge leute wir sehen uns dann morgen wieder und ciao und das zum nächsten mal